hallo und herzlich willkommen zur heutigen veranstaltung kurzfristige und risikoarme trading marken für dax und co mit freundlicher unterstützung der bnp paribank mein name ist okko grefe und in den nächsten 90 minuten werden wir uns hier befassen mit kurzfristigen risiko armen trading marken was ist das das ist insbesondere sind das jetzt mit chance risikoverhältnis ab 2,0 um den faktor glück an der börse zu eliminieren ich sehe vor allen dingen chartkonstellationen an das ist mein spezialgebiet und ein paar taktische tricks und finessen sind natürlich wie immer auch dabei ihr könnt parallel dazu einfach fragen stellen im webinar stream der hier dazugehört das heißt im kommentarfeld der webinar software und los geht's damit ihr alles ordensgemäß groß sehen können schalte ich die webcam zum größten teil aus wir kommen mal zunächst zum dax in der bandbreite der beobachtung betrachtung und analysen stehen bei mir die indizes ganz oben so ganz oberst natürlich der s&p 500 nasek 100 dow jones dax der dax ist kein großer index unbedingt beachten der dax ist nicht mal so groß wie einige der größten aktien aus dem tech bereich in der summe anders gesagt der nvidia ist größer als der dax schon mal ne nvidia ist nummer drei der welt so dann haben wir hier also den dax der strebt zum allzeithoch seitdem er freitag das langen noten reversal gezeigt hat jetzt sehen wir mal nach wir haben jetzt schon 30 minuten des handels um wie ist er denn mit der letzten versteckten würde umgegangen bisher mit dem april hoch vom dax future das soll ja ein hinweis für uns sein ob heute das allzeithoch möglich ist oder diese route die natürlich jetzt nicht mehr vorrang hat nochmal zu neuen konsolidierungstiefs wir sehen dass 1887 gehandelt wird und das ist natürlich 40 punkte über der hürde und somit ist die bahn frei den absoluten hochs der tage 10. mai und 15 16 mai da machen wir mal hier den bogen andersrum ab sofort ist dass die unterstützung des tages wir erinnern uns alle gleich mal weiter an das hoch vom zweiten april ich gehe jetzt mal ein bisschen näher ran dann sehen wir nämlich was los ist und da sieht man aha jetzt ist also drüber dann hat es sogar fünf uhr sechs uhr acht uhr neun uhr in der acht neun uhr stunde bestätigt schon mit pull weg und immer noch näher rangehen und klar er ist jetzt drüber und das allzeithoch ist ihm jetzt sehr nah per pivot r3 s3 immer wichtig für den tag dann haben wir schon mal die erste taktische info sind 19.034 dax future erreichbar und 18.900 im xetra dax so damit wir nicht hier durcheinander kommen verlasse ich den dax future an der stelle und wir kommen jetzt direkt zum zum der dax konstellation dann natürlich ist das hier zwar interessant als begleiterscheinung aber letztlich sind die meisten von euch ja nur im DAX unterwegs. Übrigens, wir müssen hier ein bisschen aufpassen, eins doch noch, wenn das jetzt natürlich unter das Tief der 8 Uhr, 9 Uhr Stunde fällt, dann ist natürlich alles wieder etwas fragwürdig. Der kleine Trendwechselpunkt erhöht sich ab sofort schon auf das Tief der 8 Uhr, 9 Uhr Vorbörsenstunde und nicht mehr auf 18600. Da kommen wir dann doch mal zum DAX 18681. So, mit dem Wissen des Futures gehen wir jetzt mal hier in den DAX rein und sehen, aha, auch der ist also hier drüber gestartet. Hier ist die versteckte Hürde, schwarz gestrichelt und jetzt ist hier oben das bisschen Rest noch bis zum Allzeithoch für ihn erreichbar. Für mich ist die Grundfrage, verlängert sich die, um aus wellentechnischer Sicht zu sprechen, die Welle 4 nochmal oder ist das schon alles gewesen und macht er die 5 voll? Wenn er die voll machen sollte, das wäre auch nicht so schlecht, denn das wäre dann noch vor dem US-Haupthandel. Wie heute früh schon angerissen wurde, habe ich ja ein kleines Problem mit dem S&P 500, der dieses Format hier nicht anzeigt und der soll ja den DAX bestimmen, ehrlich gesagt. Und wenn der den DAX bestimmen soll, dann müsste man sich fragen, ob hier vielleicht der DAX doch nicht so direkt zum Allzeithoch marschieren kann. Denn ich zeige es hier auch nochmal, das ist eine sehr interne Betrachtung, sonst sieht man nur im Service ADT, ADA hier machen, täglich mehrfach auch und hier verleitet sich alles ab. Ja, was ist das hier? Das ist ja ein erster heftiger Rutsch und nach so einem ersten heftigen Rutsch, ich hoffe nicht, dass es eine überschießende B-Welle war. Hier das Haupthoch schon, wer hier links war, ich glaube es aber eher nicht. Nehmen wir an, das war das Haupthoch hier, da war das auch eine Welle 3 und dann ist diese Konsolidierung zum Aufwärtstrend ja nötig. Okay, ich stelle die These auf, der S&P hat es nötig zum Aufwärtstrend zu laufen, zumindest unter 5,256. Das stellt es doch in Frage, dass der DAX jetzt unmittelbar das Allzeithoch rausnimmt. Und wenn er es rausnehmen will, der DAX, dann muss er es noch schnell machen, bis um 15.30 Uhr deutscher Zeit. Weil der S&P beharrt darauf, dass er nachher unter 5,256 fällt. Und wenn ich heute, dann bis zum 31. Mai. Und da kommen wir auch schon dazu, was sehr interessant ist für mich im S&P 500. Es ist generell Kaufen interessant. Kaufen ist interessant, zum Beispiel, sobald das Tief am Donnerstag unterschritten wurde. Tief am Donnerstag unterschreiten macht sicherlich was mit der Konstellation, sie hat dann einen fertigen Eindruck. Und dann kann man, würde dann einen fertigen Eindruck machen, nach der allgemeinen Theorie einen fertigen Eindruck hier hinterlassen. Entweder so oder bei A gleich C 5,2525 und bei 161% für C 5,168. Somit habe ich drei Kaufmarken und die sind jetzt hier dargestellt. Nach dem nächsten Tief 5,256, S&P 500 kann man kaufen. 5,256, 5,255, A gleich C, 5,168, 161% von A für C. Das wäre dann auch der Aufwärtstrend und alles möglichst in nicht allzu ferner Zukunft, damit der Aufwärtstrend generell nicht unter Druck gerät. Und zum Beispiel ab 1. Juni oder dem letzten Mai-Tag dann eine weitere Anstiegsphase zu 5,350 hier erscheinen, folgen kann. Soweit klar. Also das ist aber, da der Markt extrem bullisch ist, wir sind in einer sehr markant, ungewöhnlich bullischen Lage getrieben von KI-Euphorie oder auch KI-Realität nachher Zukunft. Alles steigert sich, die Effizienz der Prozesse, der Firmen, Produktivität, somit ist es dann nicht mehr Euphorie. Das ist dann die neue Ära der Menschheit. Sie wird aber nur getragen von wenigen Aktien. Im Zweifel von den Big Techs, wo es ein paar Anhängsel, die für die Big Techs die Rechenzentren bauen, also Arista Networks, aber auch Super-Mikro-Computer und ein bisschen vielleicht Cyber-Security, um das Ganze ein bisschen zu sichern. Aber auf der anderen Seite hängen doch sehr viele Aktien in den Seilen und kommen überhaupt gar nicht hinten raus aus der Grütze sozusagen. Der Rest des S&P 500 ist relativ... relativ gesehen schwach und senkt immer weiter die Gewinnerwartungen. Und da können wir mal kurz reinblicken in die Gewinnerwartungen. Wir hatten da vor zwei Wochen in News Fundamentales und High Growth der ultimative Wochenausblick mit Valentin Schelbert und mir. Da haben wir eine Grafik herausgesucht, die das nochmal untermauert, dass wirklich die Gewinnaussichten tatsächlich für die S&P 500 Unternehmen nicht besonders vorwärts gehen, sondern nur für eine Handvoll von Unternehmen hier. Also die Magnificent Seven erhöhen ständig ihre Gewinnerwartungen, während die blaue Kurve, die Rest zwischen 493 Aktien in Summe minus zwei Prozent die Gewinnerwartungen gesenkt haben seit 1. Januar. In der Summe ist das für eine S&P aber eine Null. In der Summe der Addition der Gewinnerwartungssteigerungen von sieben Aktien und der Gewinnerwartung Senkung oder Stagnation von 493 Aktien ist das für den S&P ein Nullsummenspiel und ändert nichts an der Gesamterwartung, zum Beispiel für 2025 277 Dollar. 277 Dollar ist die Gewinnerwartung für den S&P 500 fürs nächste Jahr und das wird ja schon, das spiegelt sich schon jetzt in den Kursen wieder und das immer deutlich überpowert. Das ist KGV 20,5 bis 21 ungefähr, was wir jetzt hier schon haben. Das ist normalerweise zu viel. Wohlgemerkt, aber es ist leider aber auch kein wirkliches handfestes Indiz für irgendetwas. Es ist bloß so, dass man bei fundamentaler Überbewertung doch schnell mal auch anfällig wird für Korrekturen. Wenn irgendwas nicht stimmt, wenn irgendwo mal ein Sack Reis umfällt, in China oder so, dann kann das auch schnell mal dann anders rumgehen. Ansonsten kann ich es noch mal aktuell ausrechnen. Es ist halt ein bisschen zu hoch für nächstes Jahr. Also für nächstes Jahr und die Steigerungen sind halt nicht zu sehen. 5.312, einfach ganz nüchtern. Durch 2,77 für nächstes Jahr sind einfach mal 19,2. Das geht noch. Aber es ist trotzdem schon mindestens ein Prozentpunkt zu hoch. Ja, ich bin eher dafür, dass man tiefere Marken kauft, nahe 5.000 für Großes. So, für das kleine Kino, aber für den kleinen Trader, das nächste Tief, 5.256, 5.255, 5.168. Hier müssen wir aufpassen, dass der Index sich nicht unter 5.125 drücken. Der ist dann schon gar nicht unter 5.010. So, und warum reite ich hier so lange drauf rum? Weil das nämlich ja abfärbt auf alles, auf Nasdaq, Dau und DAX. Und wir haben hier Kanalausreizung. Zurück zum Chart. Kanalausreizung, grüner Kanal, der war übergepowert in dem orangenen Überhitzungsdreieck, kam zurück in den Kanal und jetzt läuft er da seit Freitag so ein bisschen hoch. Der gestrige Future-Feiertagshandel ist hier auch darin eingebettet und zu sehen. Gut, das heißt, dann für den DAX, ja, ist ein bisschen schwierig jetzt. Aktuell würde ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas machen kann. Stand heute früh, ist erst mal stillhalten. Gestern war vom Fleck weg kaufen angesagt oder bei minimalen Flaggen kaufen angesagt. Das ginge, wegen des weißen Hammers von Freitag. Jetzt hängt es hier irgendwo so ein bisschen drin rum. Man bekommt keinen guten Stopp-Loss für den Kauf geboten. Der Stopp-Loss muss ja das Tief von Freitag sein, bei einem Potenzial, was nur noch weniger als 70 Punkte ist. Und das geht halt nicht. Du kannst nicht 300 Punkte Stopp-Loss machen, wenn du 70 Punkte Ziel hast. Natürlich kommen wir mal zu den etwas größeren DAX-Zielen. Die werden ja auch täglich genannt, früh in der Tagesprognose. Hat sich der DAX über 18.567, ja schon vor zig Tagen, also schon am 9. Mai, das Ziel 19.173 freigeschaltet. Und aufgrund der neuerlichen kleinen Flagge, die ich mal jetzt anders färbe, ist es eh nach ähnlichem Prozess. Nämlich bei Überschreitung des Hochs der Mini-Flagge Grau ist das Ziel 19.130 dann auszurufen. Also da ginge noch ein bisschen was, das so eine typische Sommerflaute dann einsetzt. Sehr kurzfristig haben wir hier also Allzeit hoch und auch im weiteren Verlauf noch am 5.6. zum Beispiel 19.173, vor allen Dingen in der Pipeline. Und mittelfristig, könnt ihr euch auch noch mal ansehen, der DAX-Wochenkerzenschart und das Gesamtjahr mal kurz aufgerufen, ist der DAX jetzt 16.290, in einer neuen Ära, die drei Jahre verhindert wurde, unterwegs. Denn drei Jahre lang wurde verhindert, dass der DAX über 16.290 ausbricht. 2021, 22, 23 und nun ist er drüber mit Pullback-Bestätigung im Januar und es geht zu 19.817. Also wenn du 19.817 siehst, dann ist das dein Ziel zur Überlegung, ob eventuell etwas zu reduzieren ist, wenn du auf zwölf Monate auswachst. Zahlen kann ich auch größer stellen. Ja, klar hier. Die Zahlen sind jetzt größer gestellt. Zoomstufe 125%. Des Weiteren haben wir noch ein Ziel, eben 19.817, welches sich aus dem Wärenmarkt des Jahres 2022 ergab, in Umklappung an der Stelle 16.92, die zum Ausbruch führt, ergibt sich dann die Superproportion 19.817. Können wir mal hier blau machen. Haben wir noch ein Ziel, es geht um eine Formation, die ja im letzten Sommer und Herbst aufgebaut wurde. Erstmal Nackenlinienbildung bei 16.92, dann wurde eine rechte Schulter gebildet mit 11% Korrektur in Höhe der linken Schulter bei 14.8. Gleich im Unterschuss und dann der Ausbruch über die Nackenlinie und die Inverse-SKS ist somit fertig und aktiv. Die Entfernung Kopf zur Nackenlinie angesetzt an die Ausbruchstelle ist das Ziel für das nächste Jahr, das dann 22.350, in diesem Jahr aber nicht erreichbar, weil der Jahrespivot R3 das verhindert. Also im Grunde haben wir drei Big-Picture-Ziele und so lange 16.290 nicht unterschritten werden. So, und jetzt geht es bloß darum, wie weit kann sich der DAX erstmal absetzen für eine Sommerflaute mit 10% Korrektur. Wie weit kann er sich jetzt noch absetzen? Wir sind schon im Übergang zur saisonal schwächeren Phase Sell-in-Meh und Go-Way. Diese Phase baut sich auf zwischen Mai und Juni und dann geht es so langsam los in die etwas schwächere Phase, wo dann auch mal diese 10% Korrekturen wie jedes Jahr zustande kommen. Letztes Jahr waren es 11, davor 19, 7,5, 15, das ist übrigens hier fast Rekord gewesen im Jahr 1000. 15, 11, 16, 8, 12, 25, 17, 10, 14, 35, 11, 12 und dann kommen die ganz großen Zahlen, die schon ein bisschen länger zurückliegen. Wenn es jetzt 10% wären in diesem Jahr, dann ist es 17.000 platt. Merke ich also, wenn jetzt keine weiteren Hochs mehr kommen und es kommt die typische 10% Korrektur, dann fällt der DAX noch bis 31. Oktober, Übergang 30. 9. 31. Oktober, auch da gibt es eine Übergangszeit ziemlich genau auf 17.000, nicht sogar exakt 17.000. Das ist der Klassiker, der kommt quasi immer und nur die Rekordzahlen 7,2%, dreimal im Jahr 1000 waren weniger als 10%, 7,2, 7,5, 8,2. Aber im Schnitt soll es dann schon 10 sein. Da müsst ihr euch langsam überlegen, ob das jetzt so eine Sache ist, um ein bisschen vorsichtiger zu agieren. Wir sind schon im Auslaufen der, wir sind schon im Auslaufen der saisonal günstigen Zeit. Jetzt ist der Mai auch fast noch rum, also wird es dann so langsam wirklich eng. Aber okay, es kann trotzdem immer weiter steigen. Eins haben wir aber letztes Jahr gemerkt, die saisonale Schablone des DAX ist natürlich im Übergang Mai, Juni, so, dass Ausbrüche nicht mehr Stand halten im letzten Jahr. Die Ausbrüche halten dann eben nicht mehr Stand und was hier das Ziel 16.449 war, zu ähnlicher Gelegenheit im letzten Jahr, das ist die Schablone, die saisonale, die ich aufgestellt habe. Auch nach so einer Korrektur und Ausbruch und nach so einem Ziel erreicht hier so ein ähnliches Ding wie 19.173. Da sieht man, wie es dann in Stocken gerät, 19. Mai, 16.6.31. 30.7. ist so ziemlich idealtypisch und hinten kommt das dicke Ende mit den 10% noch daher. Also das ist eine schöne Schablone auch für das laufende Jahr und dann wird es langsam ein bisschen dünner, die Luft. Aber lasst euch nicht verrückt machen, da der V-DAX so extrem tief steht, ist einfach bei und holt. Es ist bei und holt, solange der V-DAX nicht steigt, aber leider ist der V-DAX nun so tief, dass er gar nicht mehr weiter fallen kann. Ehrlich gesagt gab es den V-DAX unter 12 in den letzten 10 Jahren oder noch länger. Jeweils nur für so einen Tag mal. Ja, wir sind nur einfach mal bei 12,1 gewesen, und sind jetzt immer noch ganz nah dran. Und was dann typischerweise passiert, ist dann eine V-DAX-Explosion um 70% und dann kann der DAX auch mal 1000 Punkte fallen, so wie im März, April. Also einfach mal den V-DAX weiter beobachten. Heute ist er leichte Minus und er ist wirklich historisch tief jetzt hier. Und die 12,0 hat er wirklich nur für ganz kurze Zeit unterschritten. Mal hier. Also, nee, sorry, hier sind wir dann hier. 12 ist wirklich extrem tief. Guckt euch das hier an. 12 einen Tag unterschritten am 17. Januar 2020. Und dann ist der V-DAX explodiert. Aber auch hier 12, also unter 12 will er nicht wirklich einen Tag hier im März 2017. Und hier war schon die größte Ausnahme im Oktober, September 2017. Sonst sind wir aber nur einen Tag drunter. Also entweder Alarm 12,0 stellen, Kursalarm 12,0 oder über 13,0. Das ein bisschen parallel beobachten. Ich werde dann Hinweise geben. Vor allen Dingen wird es interessant, wenn der V-DAX beginnt zu steigen, während der DAX auch steigt. Das ist dann der Anfang vom Ende der DAX-Rallye. So bisher sieht man, also der V-DAX hat sein letztes Tief gehabt am 23. Mai. Wir müssen natürlich ein bisschen beachten, dass ein kleiner Verfallstermin auch hier mal war. Und das Ganze ein bisschen dann verwässert. Ich möchte euch bloß ein bisschen drauf aufmerksam machen. Der V-DAX steht so tief, dass er nicht mehr tiefer fallen kann. Aber tiefe V-DAX-Level bestätigen den DAX-Anstieg. Der kleine Verfall war schon am 17. Also ist das hier wirklich ein echtes Tief. 23. Mai ist nochmal ein echtes Tief. Aber jetzt schon 24., 27. und auch 28. Mai keine V-DAX-Tiefs mehr. Da fängt es also schon ein bisschen an. Fängt es also schon ein bisschen an. Er kommt nicht mehr tiefer als seit 23. Mai. Und dann macht man folgendes. Man geht dann zurück in den DAX. 23. Mai, das letzte bestätigte Hoch durch den V-DAX, ist einfach mal 18.767. Aber es ist minimal. Es ist minimal. Und bevor der V-DAX nicht richtig explodiert, 10, 20, 30, 40 Prozent innerhalb von wenigen Tagen. Und in Prozentpunkten, die 17,0 überschreitet, ist alles nicht so wild. So, gut. Der DAX ist sehr stabil und ist im Zweifel über den Freitagstief aufwärts gerichtet. So, jetzt gucken wir mal noch, falls hier heute noch mal ein bisschen Schwäche kommt. Wo finde ich denn meine einzige Lieblingskaufmarke für heute? Wir gehen also zurück zum Intraday-Geschehen. Meine einzige Lieblingskaufmarke für heute ist einfach mal 16.6... Sorry. Edit. Das ist 18.635. Meine DAX-Lieblingskaufmarke für heute, 8 bis 22 Uhr im Kern, 9 bis 17 Uhr 30. Haupthandel Xetra ist 18.635. Und darauf kann man mal sich was berechnen lassen. Zum Beispiel DAX-Profilblatt aufrufen. Xetra live Produktsuche, Produktsuche, Knockout-Calls mit den Emittenten deiner Wahl. Wir nehmen mal hier Long für BNP Paribas und Laufzeit 6.6. bis 21. Das ist mir ein bisschen zu kurz jetzt hier schon. Nehmen wir ein bisschen mehr. 18.1.2.3. 18.6. bis 21.11. Zeig mir mal an. Alles mit Knockout unter Wo darf es nicht hin? Wir wissen ja, es darf nicht unter 18.2.36. Darüber können wir jederzeit neue Hochs bekommen. Also alles da drunter. Zeig mir mal alles unter 2225. Und jetzt sortieren. Und dann haben wir 27.6. Das ist ganz gut. Das ist kein X-Turbo. X-Turbo würde auch ausknocken nach Xetra-Schluss. Das wollen wir nicht. Hier steht kein X vor dem Turbo. Also das ist ein normaler Xetra-Dax KO-Call mit Knockout 16.99. Das wollen wir aber auch nicht. Warte mal, wir wollen eigentlich was anderes. Wir wollen 18.2.20. Ich habe nochmal neu sortiert. Ich fange nochmal von vorne an. Neu-Sortierung 18.2.20. Vielleicht ist es ein bisschen eng. Nehmen wir mal 18.180. Nehmen wir 18.180. Mit kurzer Laufzeit. Achtung, kurze Laufzeit. Das ist ja aktuell besser. Bei Calls, bei Puts. Die längste Laufzeit, die ihr haben könnt. Außer Open-End. Denn ihr bekommt Abgeld. Die Puts haben Abgeld. Die Calls haben Aufgeld. Abgeld liebt ihr. Aufgeld wollt ihr eigentlich nicht. Deswegen nehmt ihr die kürzesten Laufzeiten. Es sei denn, ihr wollt sowieso Open-End mit Restwert. Hier haben wir das X davor. Das X wollen wir nicht. Also ich nicht. Dann muss ich einen anderen suchen. Wieder ein X davor. Will ich nicht. Kein X davor. Will ich. Weil ich will nicht mit geringen Volumen der Nachbörse durch Graumarkt-Manipulationen ausgeschnockt werden regelrecht. Ein Cetra kann nicht ausknocken. Nachbörslich 18.180 kann nicht kaputt gespielt werden. Nachbörslich. Deswegen ist der unangreifbar für Nachbörsen-Manipulationen. So, dann haben wir die Begründung gehört. Jetzt gehen wir zur Berechnung. Natürlich über Xetra. Es geht aber nur, wenn ihr live. Wo ihr Xetra abonniert habt. Ansonsten müsst ihr anders berechnen. Für jeden Knockout-Zertifikat gibt es den passenden Knockout-Rechner gleich dazugestellt. Und jetzt machen wir den mal hier 18.635. Den wollte ich ja kaufen. 18.635. Szenario 1 wäre 5,51 Euro. Und dann würde ich natürlich zum Allzeit hoch. 18.9 gerundet. Und wo geht es nicht weiter? Unter 18.515. Also 18.485 zum Beispiel. Damit könnte man umgehen. Der wäre jetzt ganz gut brauchbar. Ab DAX 18.635. Das wäre nochmal eine Variante, die sieht ganz gut aus. Alte Unterstützung der letzten Woche. Tausendfach getestet. Plus 61er Retracement. Plus Abwärtstrend. Naja. Ja, okay. Das ist der Abwärtstrend. Der ist jetzt nicht so schön ausgeprägt. Brauchen wir vielleicht gar nicht. Einfach mal hier. Das ist interessant. Da machen wir mal schon Setup ran. Setup, Setup. So, Setup. Da kann man ganz gut mit umgehen. Und in der Ausrechnung auch schon jetzt bekannt. 18.635 zu 18.9 und 18.485. Das ist ja auch schon mit CAV 1,75 hier unterwegs. Da kann man schon mit umgehen. Und das geht. Kann man auch limitieren, wenn man keine Zeit hat. Jetzt weglimitieren. Das ist PC9ER3. Also die PC9ER3. Ich mache mal im Chat auch hier das rein, damit ihr nicht euch falsch abgruppiert. Nehmt die Iseln jetzt da raus. Kann man durchaus weit kommen. Dennoch in der Erweiterung machen wir eins weiter noch. In der Szenario 2 jetzt noch ausrechnen. Dupliziere ich mal Szenario 1, scroll weiter nach unten. Sind die Daten weiterhin drin. Das möchte ich aber mal andere Daten noch ergänzen. Nämlich 1950 als Ziel. Wir haben ja oben, wie gesagt, die Zielzone 19.130 zu 19.173. Und mittendrin 19.150 ergebe auch noch ein sinnvolles Ziel. Den könnte man das Szenario 2 oder die Fortsetzung des Ganzen auch mit entweder in der zweiten Tranche begleiten oder man nimmt die Komplettposition, die man eh plante und verkauft sie zweifach mit der halben Stückzahl. Von der Stückzahl, die man am Anfang hätte nehmen wollen. Nehmen wir mal hier 0,33 und hier nehmen wir auch Risiko 0,33. Man kann das nämlich eingeben. Spuckt mir auch schon der Rechner aus, wie viele Stücke ich für mein Depot nehmen darf, um 0,33 Prozent zu verlieren im Stop-Loss, welcher unter dem Tief der Vorwoche ist. So, typische Vorgehensweise. Alles, beides kann man jetzt limitieren. Das eine mit 151 Stücken, enger. Und dann nochmal mit 151, weil der Stopp ist ja unverändert. Jetzt können wir hier den Stop-Loss noch ein bisschen wegsetzen. Auf 4,35 vielleicht. Einenfalls ein bisschen anders als der hier, damit nicht alle beiden Branchen gleichzeitig rausfliegen. Dann würde sich auch die Stückzahl verändern. Ich habe jetzt hier den Stop-Loss gesenkt für Szenario 2. Weil, falls der eine zufällig rausfliegt, muss ja der andere nicht rausfliegen, der 50 Punkte tiefer ist. So kann man auch jetzt seinen Stop-Loss verteilen. Den Stop-Loss unter der kritischen Marke verteilen, ist ein ganz guter taktischer Hinweis. Also 4,85 und 4,35 zum Beispiel. In diesem Szenario, in diesem Umfeld, in dem wir uns befinden und sehr vielen Teilnehmern, teilweise in Summe über 1000 Teilnehmer hier, müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Graumarktakteure sind natürlich auch dabei und können uns hier ein bisschen jetzt abgucken und zu viel reingucken. Und dann ist ein Stop-Loss in der Summe von der Masse der Träder, das ist wirklich ein bisschen kritisch. Also überlegt euch das, ob ihr das heute so macht. Ansonsten nehmt das als Schablone, um täglich vorzugehen, in Allzeitebenen zum Beispiel so. Und nicht unbedingt jetzt hier drauf vertrauen, dass das heute besonders gut funktioniert, weil zu viele das Sentiment verzerren, die hier teilnehmen jetzt gerade. So, ansonsten finde ich es ganz praktisch. Wir können uns das jetzt noch mal ansehen. Stundenkerzen-Chart. Der Stundenkerzen-Chart hat übrigens genau jetzt um 10 Uhr, wir sind eine Stunde beendet. Das ist jetzt exakt 10 Uhr. Das ist ein Stunden-Schluss-Ausbruch über der kritischen 18777,77 mit dem FDAX 188,39. Der Weg zum Allzeithoch ist bisher frei. Der Weg zum Allzeithoch ist frei, ohne dass ich jetzt hier eine Hand habe, hätte da zuzugreifen. Gute Information erstmal. Der Ausbruch über die kritische Hürde ist erstmal gelungen. So, dann gucken wir mal hier nach. Gehen wir mal noch eine Etage tiefer in der Abteilung. In der Abteilung 5 Minuten Kerzen-Chart haben wir seit 9.05 Uhr eine bullische Flagge. Wir haben eine bullische Flaggenbildung seit 9.05 Uhr, die jederzeit jetzt enden kann, und zwar auf Pivot R1. Ob Pivot R1 oder dem Tief der 9.15, 9.20, Kerze 18.806, 18.84, kann jederzeit jetzt Flaggenbildung enden und das Ganze sich fortsetzen. Mit anderen Worten, der DAX hat da ein bisschen abgebaut mit dem ersten Kurs. Und mit dem ersten Kurs abgebaut, dann in Form einer bullischen Flagge. Das sieht man daran, dass sehr viel Zeit vergeht, um eine einzige Kerze auszukonsolidieren. Taktik, wenn ein Basiswert, den ihr betrachtet, in egal welcher Zeiteinheit, viel mehr Zeit verbraucht, um etwas zu konsolidieren, ohne davor einen Anstieg kaputt zu machen, komplett, ist es immer eine Fortsetzungsmöglichkeit nach oben. So, wir haben hier also eine Kerze und wir haben hier 10. Das heißt, 10 Kerzen waren nicht in der Lage, eine Kerze aufzubrauchen. Deswegen geht es eher weiter aufwärts. So, dann kann man hier nachsehen, für die Intraday-Zocker jetzt hier. Viele sprechen dann auch, ich spiele heute, ich spiele heute dies und jenes, da denke ich mir, okay, das hört sich ja ein bisschen an wie Casino, ich spiele heute, also vielleicht ist das auch so ein Begriff, den ich mir nicht angenommen habe. Also ich spiele heute, das ist nicht meine Begriffswelt. So, aber es sieht danach aus, es kann bald weiter steigen und was wäre jetzt hier Stop Lost, also wenn das Gap geschlossen wird, 7,61 geht es gerade noch, aber 758 18757,87 unterstreiten, das wäre jetzt schon ein bisschen so viel des Guten. Ja, sieht aber nicht so aus, sieht ja aus, als ob es direkt weiter steigen kann. Insofern, es ist halt, das ist die 1893, 189, winkt immer noch bis zum Haupthandelsstaat der USA und dann, wenn er das wirklich so machen will, sagt ich schon, muss er sich echt beeilen. Denn der S&P soll ja eigentlich nach der Auswertung ab heute ab 5.312 zu 5.256, wenn nicht sogar 5.225, 5.1.3, 68 fallen. So, 18804 kann man natürlich auch hier ausrechnen, 1884 bis 189 mit Stop Loss, 18757 minus x. Ich mache mal jetzt den konkreten. Wer jetzt auch das gibt, nochmal ein CAV von 1,98. Hier ist Stop Loss, hier ist Start, würde man jetzt verpasst haben, ist nur die Hoffnung, dass noch das Abschlusstief kommt. 1884, machen wir mal 5. Könnte man auch hier anfassen, da würde ich aber auf jeden Fall weniger Risiko einsetzen, 0,25 oder so. Das ist ganz gut, wenn man Risiko und Prozent hier eingibt, dann werden die Stückzahlen sofort ausgespuckt und natürlich sinken die dann, je tiefer man mit dem Risiko geht. Da hat es wohl 11 Stücke noch und wenn ich hier auf ein komplettes Standardrisiko gehe, wären es 1410 Stücke und so weiter. Das kann man ganz gut managen. Also nutzt den Knockout-Rechner hier bei uns auf dem Stock3-Terminal. Dann natürlich die Order übernehmen in das Order-Tool und von hier aus direkt weiter ordern zu eurem angeschlossenen Broker-Konto. Es gibt zahlreiche Broker, die hier bei uns angeschlossen sind. Das heißt, ihr müsst nicht über euren Broker direkt die Seite aufrufen. Das hat auch den Vorteil, wir haben einen tagesgültigen Session-Tan und ihr werdet nicht rausgeschmissen, so wie ihr zum Beispiel bei anderen Brokern, zum Beispiel, wenn ihr auf deren Seite direkt seid. Ihr müsst nur halt mal gucken, ob ihr hier euren Broker habt, mit vertreten habt und dann könnt ihr direkt diese Order auch absetzen. Und sie wird dann natürlich, wenn ihr kostenpflichtig ordert, dann auch ausgeführt. So, das kann man hier sehen bei Mein Depot und bei Broker könnt ihr sehen, welche Broker hier enthalten sind. Konsensbank kommen direkt, Flatex, Finanzennet-Zero, JustTrade, WeTrade, JfD, BAS Healthinvest und es kam jetzt noch mehr dazu, Demo-Broker, Bitpandasino, Freestocks. Demo-Broker weiß ich nicht genau, wo es eine Demo ist. Freestocks kam jedenfalls neu hinzu in den letzten Tagen und da könnt ihr mal euch umgucken, ob da das für euch was ist. Es vereinfacht natürlich alles, vor allen Dingen, wenn ihr hier Experten folgt, die Trades abbilden, die Trades machen und ihr sie nachbilden wollt, bei Interesse. Ihr müsst dann nur noch eure eigene Stückzahl hier eingeben, wie ja geile Trading ist. Ich gebe die Order auf und ihr bekommt eine Notifikation. Ihr öffnet die Notifikation, es öffnet sich das Fenster, eben das hier und ihr müsst dann nur eure eigene Stückzahl noch einfragen und selbst kostenpflichtig ordern, klicken. Dann spart ihr euch die Knockout-Schein-Kopierung, die Limit-Eingaben, die sind ja alle schon da, nur die eigene Stückzahl und hier dann kostenpflichtig ordern auf eigene Verantwortung und bei Interesse. Dann könnt ihr euch ein bisschen Zeit sparen. So, jetzt noch zwei andere Hinweise. Das kann man auch machen auf der Plattform, auf dem Terminal und auf der Stockswee-App. All das kann man auf allen drei Kanälen machen. Plattform Stockswee-Hauptseite. Die Homebase für euch hier. Davon abgeleitet, natürlich auch auf dem Terminal, wo man auch die Chart-Analyse betreiben kann. Und auf der Stockswee-App und eine Einschränkung gibt es jetzt hier für den Knockout-Rechner. Der ist momentan noch nicht auf der Stockswee-App vertreten, weil ihr ab und zu danach fragt. Wenn ihr aber ausrechnen wollt, wie sich ein DAX-Knockout-Schein verhält, dann gebe ich euch mal einen Tipp. Das ist ganz easy. Das machen wir hier auch seit, im Kopf seit über 20 Jahren. So, genauer gesagt seit 2003. Da sich jeder, quasi fast jeder Knockout-Schein, Call oder Put so verhält, der DAX bewegt sich einen Punkt, dieser Knockout-Call oder Put bewegt sich einen Cent ab Zeitpunkt der Betrachtung. Betrachtest du also jetzt den DAX und siehst 18,825 und siehst hier 7,39 Euro, dann kannst du ab diesem Zeitpunkt durchrechnen, ein Punkt hoch, ein Cent hoch, zehn Punkte hoch im DAX, zehn Cent hoch, hundert Punkte hoch im DAX, hundert Cent hoch im DAX und andersrum genauso. Das ist sehr einfach und lässt sich auch mit Excel ganz gut machen. Ansonsten kann man es im Kopf rechnen. Das ist im Kopf ganz easy Rechnung. Das ist der, seit über, seit mehr oder weniger im Vierteljahrhundert die Errungenschaft für Private, die jetzt mit Optionsscheinen und den ganzen Krieg nicht klargekommen sind. So, dann kommen wir jetzt hier zu dem hoffentlich noch Event, das hier noch fehlt, nämlich das Unterstreiten von einem 5-Minuten-Kerzenschart von 18.803,95 und dann könnte es tatsächlich weiter aufwärts gehen, das sei denn, es fällt unter diverse andere Dinge zurück. 18.777 und vor allen Dingen 18.757 wäre für den Vormittag schon Trend K.O. So, jetzt gucken wir mal kurz nach den Fragen und ob die jetzt Fragen da zu dem Thema kamen, ansonsten gehen wir mal zu was anderem über. Jemand möchte nach dem DAX-Short am Allzeithoch eventuell absetzen? Ja, generell wird sehr viel nach Short gefragt, aber Short ist grundsätzlich ja nicht der richtige Weg bei dieser extremen, stabilen Performance, nicht Performance, der DAX-Performance und der Markt-Performance getrieben durch KI, KI-Ära der neuen Menschheits-Ära, KI-getrieben oder Hype, wie auch immer, ist das alles hier sehr stabil und grundsätzlich gilt dann ja auch noch, der Markt wird durch Inflation sich immer weiter hochentwickeln über die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Der Markt ist immer weiter gestiegen, der Markt kann nur 100% fallen, meist fällt der Markt 20%, steigt dann aber hunderte Prozent. Das Shorten an sich ist ja so ein bisschen tricky auf Dauer. Ja, also Taktik, Taktik aufwachen, jetzt nochmal Taktik nochmal. Klar, du kannst Shorten immer am Pivot R3, kann man Shorten nicht wegen Allzeithoch, sondern wegen Pivot R3 und Allzeithoch kann man heute Shorten, wenn man es dann unbedingt möchte. Und deshalb ist auch untenrum, der 18635er Kauf heute besonders gut abgesichert, weil Pivot S3 ist 18618 und dadurch, dass ich die Zahlen größer gestellt habe für euch, müsstet ihr die sehen. Das ist die Gesamtspanne für den Tag und dann ist natürlich der 18635er Abstauber heute sehr interessant, weil eigentlich kann es ja kaum unter 618 fallen, geschweige denn unter 516 fallen. Das sieht dann schon ganz gut aus. So, dann machen wir kurz noch die Taktikbeschreibung, wie wird das denn funktionieren? Also kannst du jeden Morgen, eigentlich kannst du schon am Abend, weil Pivot R3, S3 für den Xetra siehst du schon, siehst du schon nach Handelsschluss oder rechnest dir das Ding zu Fuß aus. Du brauchst dafür Eröffnung, Hoch, Tief und Schlusskurs. Diese vier Marken gibt es in der Excel-Sheet ein und dann hast du die Werte für den Folgetag. Sobald du die hast, kannst du eine Order absetzen. Zum Beispiel könntest du heute früh um 9 Uhr, okay, hast du noch Zeit gehabt vielleicht, oder 8 Uhr, bevor du ins Büro gefahren bist. Für alle die, schöne Grüße, dass du jetzt erst das Video ansiehst. Verspätet ist nicht schlimm. Also wir haben heute hier nicht so akute Dinge für den Vormittag unbedingt besprochen. Sondern eher den Verlauf für die ganze Woche und die gesamte Situation. Gerade du, der du da nicht so viel Zeit hast und im Büro sitzt, der zuerst nach 17 Uhr das hier ansiehst, in der Aufzeichnung von unserem Stocks3 YouTube-Kanal, erscheint das ja hier nachher alles nochmal, kann man jeden Morgen die R3- und S3-Order absetzen. Also Short R3 und Long S3. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da jetzt besonders oft in den Stop-Loss gerät, ist nicht hoch, also gering. 18,9 und 18,608. Wenn man das jetzt noch kombiniert mit den dazugehörigen Chart-Merkmalen, zum Beispiel das Hoch hier vom 15. Mai, dann ist das ja irgendein gemittelter Wert zwischen 18,893 und 18,9. Setze dich halt auf 18,895 und rechnest dir das kurz aus mit einem Knockout-Put oder was auch immer du dann da nimmst. Und dann ist die Frage, wie weit bist du bereit, den Short zu platzieren? Also eine gute Reaktion ist natürlich immer zum Mittelpunkt des Tages, zum Pivot-Punkt. Das wäre die gewünschte Reaktion wenigstens. Das heißt, du hast dann, je nachdem, wie weit es auseinanderliegt, unterschiedliche Potenziale. Hier an dem Tag, heute hast du 250 Punkte Potenzial nach unten und dadurch bestimmt sich dann irgendwie dann auch der Stop-Loss, nämlich 125 Punkte über 18,9. Das ist ja auch schön, das ist ein Stop-Loss, 19.025 und dann hast du jeden Tag schon mal einen systematisch hergeleiteten Dritt. Stop-Loss. Und unten genauso, von unten hast du ja eigentlich dann genauso diese Entfernung, vielleicht habe ich mich auch verrechnet, nochmal 9, 750, sorry, ich habe mich doch verrechnet, 150, also das sind 75 ungefähr, also muss man hier so, sorry, ich hatte mich 100 da verrechnet, oder in der Eile. So, wir haben also die Entfernung hier, notfalls rechnet man Rechner aus, 18,9, 750 im Schnitt, das sind ja 150, 75, mehr, noch plus 3, 78, also, so, das ist jetzt korrekt, 18,9, 78 ist Stop-Loss, um die doppelte Chance zu haben, zum Risiko, hier genauso, 618, so, 75 runtergerechnet und dann geht es um den 100 darum, dann bin ich, gerade ein bisschen, okay, 18,6, 18, um nichts Falsches zu sagen, minus 78 ist dann einfach mal 540, ein passender, ein passender, CAV 2,0 Systematik Stop-Loss, wegen R3 Short, S3 Long, zum PP, muss dann muss diese drei Eckwerte wissen, wo sie sind, und dann kannst du es schon mal jeden Tag machen, aber, ihr müsst den Xetra nehmen, nicht irgendwas, sondern Xetra, ansonsten, wenn dann noch den DAX Future, R3, S3, und den zurückverrechnen, auf einen DAX-Kurs, viel Spaß dabei, alternativ, eine Indikation nehmen, die dem Future sehr ähnlich ist, das geht, so, du hast gefragt, also Short am Allzeithoch, also generell ist das Allzeithoch zum Reduzieren von Long-Positionen geeignet, weil es ein gewisses Ende sein kann, für einen Anstieg, er lässt sich aber noch toppen, in den nächsten Tagen, auch wie gesagt, 1930, 1973, für den Grüße an alle, die 1973 geboren sind, das ist gerade euer Kursziel, 19.173, 1973, ist ein Kursziel, vor einer weiteren, vor einer weiteren, vielleicht etwas größeren Korrektur, es geht aber auch der hier, der würde dann, vor allen Dingen, wenn sich der DAX heute sehr beeilt, gut passen, Allzeithoch, 18,9, dann 18,5, dann 19,1, und dann erst Sommerkorrektur, das geht auch ganz gut, eventuell, bin nur gespannt, ob der DAX es noch schnell schafft, dahin zu kommen, zum Allzeithoch, um sein Komplex hier abzuschließen, oder, oder ob die S&P 500 Prognose halt falsch ist, eins von beiden, wird eng hier, oder der DAX macht dann halt doch, diesen ganz krummen, diesen ganz fiesen Move hier, den hier, dann ist 18,635 zwar heute auch gut zu kaufen, kommt aber nur mal hier, noch mal hier knapp bis ran, verfehlt es dann auch, kommt hier hin, und steigt dann erst ab, ja, also ich glaube ab Montag, dann, Montag war es dann kritisch, ab 3.6. wieder hoch, also, da bin ich mir nicht sicher, aber in beiden Fällen steigt es ja danach ordentlich, von 18.635 dem Hauptträt des aktuellen Tages erst mal, bei direkt folgen kann ich hier nicht, wenn er mich gestern früh gekauft hat, lässt einfach sein Stop-Loss weiter da so unten liegen, bei 18.515 minus x, ich wüsste nicht, dass man hier unbedingt schon ranziehen sollte, ja, es gibt so drei, vier, drei Wege noch bis da oben hin, ne, so, das ist die Antwort, also Shorten 18.9, das ist heute wegen, weil R3 dort sitzt, denn vielleicht eine ganz engmaschige Sache für sehr erfahrene Trailer, unerfahrene Trailer, Trailer mit wenig Zeit oder ganz langsamen Abläufen, im Trainingprozess sind da so nicht besonders eingeladen, dies zu riskieren, und wenn, dann muss es automatisch sein, automatisch alles geordert, Start, Ziel, Stop-Loss, wie wenn der in dem täglichen Pivot dreht, auf beiden Seiten, den man machen kann, so, jetzt können wir mal weiter, eine Sommerpause mache ich nicht, ich mache keine Sommerpause, ich mache, ich glaube, ich bin, die erste Oktober, die erste Oktoberwoche ist auf jeden Fall eine freie Woche, sonst gibt es keine Sommerpause, es gibt keinen Grund, bei mir Sommerpausen zu machen, nur im Winter ist es kalt und grau, im Sommer muss ich nirgends hin, und pausieren, das ist in Deutschland ganz hübsch, so, und jetzt gehen wir mal weiter, ob noch mehr DAX-Fragen waren, Discount-Put, das sind so Geschichten, ihr wollt jetzt Putz kaufen, ihr geht also genau auf die Putz-Schiene, okay, aber die Putz-Achse ist halt eine schlecht besetzte Achse, egal wie wo, an welcher Stelle, ihr müsst immer nur eigentlich nur fragen, wo soll man denn kaufen, und die Antwort war schon gegeben, 17.000 für große Käufe, und für heute 18.635, ja, solange ihr nach dem Putz fragt, wird der DAX einfach weiter steigen und euch zerstören mit dem Putz, also ist nicht gut, ne, short, 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 immer nur short, ich lese nur short, ich sehe gar nicht, wo jemand kaufen möchte, ehrlich gesagt, in den Kommentaren, ich glaube, das ist nicht so gut, auf Dauer, so, jetzt kommen wir mal zu was anderem, wir kommen mal weg hier, wir haben nämlich lang genug, jetzt zwei Indizes beackert, jetzt gehen wir mal kurz ein paar Aktien, also erstmal, diese Woche ist nochmal, eine Sache bezüglich, Quartalzahlen, und das ist der wichtigste Kandidat, ist diese Woche Sales Force, Sales Force ist Dow Jones Aktie, und macht folgendes, und bringt Quartalzahlen raus, am Mittwochabend, das ist wichtig zu wissen, da habe ich ein Auge drauf, aber die Frage, die mir jetzt ins Auge sprang, wie geht es weiter mit Alphabet, Alphabet ist ausgebrochen, war Aktie für den April, ihr wart ja hier dabei, Ende März, Aktie des Monats April angesagt, Alphabet soll ausbrechen, über 152, das passierte direkt dann am 1. April, wir hatten hier unsere Veranstaltung, vor allem euren Augen, live und kostenlos, und seitdem ging es eigentlich bloß noch aufwärts, 151 wurden direkt überbrückt, Pullback, Pullback, und mittlerweile 180, so, jetzt noch die Frage, wie es weitergeht, na grundsätzlich geht es über 152 zu 220, wiederhole ich die Aussage, das ist ja der Witz dabei, Big, 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 das war der Big Picture Ausbruch, und es geht zu 220 nach Ausrechnung, bedingt durch das Prozedere, was alle Indizes gerade durchlaufen, Ausbruch über die Hochstunde, Ende 21, Anfang 22, betrifft DAX, S&P, Nasdaq, Dow, alle machen das Gleiche, und alle guten Aktien zielen mit, und wenn sie mitzielen, sind sie die Interessanten, alle, die das nicht machen können, in diesem Jahr, lassen wir möglichst unter den Tisch fallen, und es sei denn, wir haben Ausnahmesituationen, die dazu den Anlass bieten, hier haben wir also einen Marktperformer, der jetzt mitläuft, seit April zumindest, die Indizes wohlgemerkt, haben diese Ausbrüche alles genauso vollzogen, S&P über 4819, Nasdaq über 16.765, so, und dieses Gegenstück dazu, ist bei Alphabet, also Google 152, so, nun läuft es zu den Superproportionszielen, die daraus denn so kommen, es gibt dafür keine Zeitbeschränkung, einfach ein, zwei Jahre, so, bei Google, Alphabet sind halt 220, und bei S&P ist es 5.880, und im Nasdaq ein 100, 22.465, das ist alles synchron, das zudem, bei allen, bei allen Indizes, von dem hoch, zu der Superproportionszielen, und das ist proportional dann, für jeden Index, ein bisschen ein anderer Wert, logischerweise, und für die Aktien auch. So, jetzt ist die Frage, gibt es noch irgendwo mal, eine Nachkaufgelegenheit, nach Zahlen, war es ja hochgeschossen, nach Zahlen, vom 25.04. war es ja hochgeschossen, und seitdem ging es ja nicht mehr weiter, kann man ja so sagen, ich habe Verkauf zu 175,5, am 26.04. und den Rest habe ich dann auch noch verkauft, am 16. Mai zu 175,5, so, das ist nun mein Stand, und verändert bleibt aber das Ziel 220. Was tue ich also hier? Ich gamble, ich gamble, um den Preis, es zu verpassen. Ich gamble auf einen tieferen Rückkaufkurs, leider zu dem Preis, es zu verpassen, bis 220 komplett, alles hier zu sehen. Denn gerade habe ich Alphabet nicht mehr im Depot, weil der Sprung war mir zu hoch. Ich wollte erst mal das Gap auffüllen sehen, ist ja ganz ein natürlicher Vorgang, zumal ja ein Überkaufzustand entstanden war. So, naja, und nun ist ja die Ursprungssache gewesen, ja, es läuft hier zum Gap, ich kaufe 162 zurück, war die Aussage schon, und dann bei mir am 26. April, und dann wurden es nur, in Anführungszeichen, 167 statt, nee, warte mal, wurden es nur 164,5 anstatt 162. Naja, das ist dann halt so. Es kann aber trotzdem jetzt auch noch mal verzögert, dann irgendwann zu solchen ähnlichen Stilen kommen. Im Zweifel möchte man sehen, dass ungefähr diese grüne Linie horizontal erreicht wird, oder das Quartalzahlen-Gap hier geschlossen wird. Das ist aber nicht gesichert. Es kann aus allen Lagen weiter durch die Decke schießen, ehrlich gesagt. Es kann aus allen Lagen durch die Decke schießen, das ist ja der Witz dabei, das ist ja einer der Kandidaten, die ja alles tragen, die die ganze Performance des Jahres nach oben tragen, und auch schon die Performance des letzten Jahres tragen. Sieben Aktien tragen die Performance, und jetzt sind es nur noch sechs. Tesla trägt nämlich nicht mehr mit. Apple hat sich noch mal aufgerappelt. Und ja, dann kann man noch sagen, über 180 geht es direkt weiter, unter 180 kann man ein bisschen noch mal ein paar billigere Kurse bekommen. So weit die Antwort, wie geht es weiter mit Alphabet? Das Ziel ist 220, Nachkaufschancen immer nach 162, 158. Das muss über 152, zumindest über 144 oder 145 verbleiben, 200 Tageslinie. Wie genau die halten kann, ist übrigens hier zu sehen. Die war schön, die hatte ich auch mal schön gekauft, 133 für uns alle hier am 4. März, 5. März. Allerdings hatte ich am 2., 3., 4., 5. März auch alles mögliche andere gekauft, und die sind alle seitdem gefallen. Also vieles ist gefallen. Black Org, Sales Force, Meta. Na, die sind viele gefallen. Da gab es schöne frische Ausbrüche am 5. März, aber leider sind die dann gefallen und da sind einige Dinge dann auch seit 5. März hier nicht so gut gelaufen. Zum Beispiel diese Sales Force, die ist ja dann gegenüber das absolute Hoch drüber. Die Sales Force, meine Aktie der Woche, über 311,75 hier. Ja, und ich habe da gekauft. Ich habe hier gekauft gehabt, in der Hoffnung, es geht direkt weiter in der Euphorie, aber nee, jetzt gab es erstmal eine 3-Monats-Korrektur in relativ flacher Flagge. Und jetzt kommen ja diese Earnings raus, Mittwochabend, und wir sind hier sehr frohe Hoffnung, dass Sales Force weiter an der Optimierung seiner Margenstärke arbeitete und weiter davon profitieren kann. Und dann hochläuft Richtung 319, 356, 470. Auch die Nähe zur 200-Tageslinie und dem Aufwärtstrend ist hier sehr interessant. Und allein, wenn man hier mal den direkten Vergleich wählt, ich habe noch einen anderen Vergleich, der aber intern geführt wird, Service ADT, ADA, mit einer anderen Firma, die letzte Woche Quartalzahlen meldete. Sieht das ja genauso aus wie im Sommer und Herbst hier. Die Korrektur sieht genauso aus wie im Sommer und Herbst. Sie ist unbedenklich im Verhältnis zum Anstieg. Das war auch schon mal gerade hier ein Thema. Die Unbedenklichkeit der Abwärtsmuster im Verhältnis zum Aufwärtsschub sind eindeutig. Dafür sprechen, dass bald weitere Allzeithochs auftreten bei Salesforce, dem Dow Jones Wert. Das ist nicht irgendeine kleine Klitsche, das ist ein Dow Jones Wert. Und ja, wir haben hier noch die 200-Tageslinie als Reserve, dann 260,10 Dollar. Wird spannend. Einen Hinweis gebe ich euch noch, steigt es über 290 Dollar. Und vorher testet er es vielleicht heute noch oder morgen 266,55 Dollar. Dann würde so eine Art Doppelbodenmöglichkeit entstehen. Ihr müsst nur aufpassen, natürlich vor den Zahlen zu kaufen. Das ist immer tricky. Aber mal klappt es mal nicht. Das ist wirklich doch tricky. Also man sah alles, selbst Meta ist 20 Prozent nach Zahlen gefallen, die gar nicht schlecht waren. Nur allein durch die Investitionsvorhaben, die sehr enorm sind in KI, war man ein bisschen verunsichert und hat die Aktie zeitweise 20 Prozent auf Talfahrt geschickt. Ja, okay. Solche Dinge können natürlich auch 20 Prozent mal fallen an einem, an über Nacht und dann ist man halt mausentot. Wenn 20 Prozent fällt über Nacht, dann ist die Salesforce schnell mal bei 200 und so 200 ist dann noch der letzte Anker 200, 295 oder so. Das ist der letzte Halteranker und aufzugeben hat man ein SalesForce, damit auch jeder ein Korsett hat und nicht einfach wie ein Revolverheld durch die Gegend schießt. Unter 195 Wochen Schluss ist dann aufzugeben. 194, 193 Wochen Schluss sollte man dann aufgeben, dann ist es nicht mehr. Aber Favorit ist, das Ding hält hier 266,5, 260,10 geht über 92, geht zu 3,19 und über 3,19 zu 3,56. Das kann sich nochmal verschieben, je nachdem, ob hier ein neues Tief erscheint, geht das Kursziel denn höher. Zum Beispiel bei 360,10 würde sich das Kursziel erhöhen, wie man sehen kann, nach 3,61. Momentan ist es aber so, wie es ist. Ich habe ja kein weiteres Tief und die Arbeitsthese ist, ja, wir sind verdammt nah am 3-monatigen Flaggentief bei einer Kurs-Explosion. So, viel Spaß bei Salesforce. Mittwochabend, bis dann mehr, 22 Uhr in deutscher Zeit nach Börse. So, das ist aber nur am Rande, weil hier Alphabet ja eigentlich angefragt wurde. Alphabet lasse ich nochmal kurz offen, während ich die nächste Frage suche. Wie Gaps zu behandeln sind, wenn sie auf beiden Seiten sind, ja, erstmal Gaps müssen nicht geschlossen werden, da musst du jetzt keine Gedanken machen. Wir haben hier, also Daimler Truck Gap wurde angesprochen, kommen wir zu einer deutschen Aktie auf beiden Seiten. Ja, wir haben hier ein Gap und hier ein Gap. Na, hier sieht es ein bisschen so aus, als ob das Gap erstmal unten geschlossen wird. Und die exakte Frage dazu, ob ich schon mal die Situation hatte, ja, sie tritt sehr häufig auf, dass Gaps auf beiden Seiten sind. Die Gaps sollten dich nicht zu sehr belasten, sie spielen jetzt nicht so die Rolle. Aber wenn man die Gesamtkonstellation mal hier sieht, bröckelt das ja, selbst wenn es so läuft, noch sicherlich ab, um das Gap zu schließen. Das ganz große Gap, was zu einem riesigen Anstieg führte, ihr wisst es ja hoffentlich noch, am 29. Februar, was bei Daimler Truck los war, da war ein riesen Anstieg. Ja, 38 Euro ist dann ja wohl dann noch zu erreichen, bevor man erneut kauft, dann ist der Anstieg relativ ausreichend auskonsolidiert. Also die Gaps alleine machen es hier nicht für mich, das ist die Gesamtkonstellation und die sieht sehr nach aus, als ob dieses Event hier, das war ein Mega-Event hier, das waren 17% an einem Tag, das mit einem Nachlauf nach oben, bevor er ein bisschen zurückgenommen wird und dieses riesige Event führt zurück zum Ausgangspunkt. So, ne? Kommt zum Ausgangspunkt und ab 38 sieht es dann ganz gut aus. 38 Daimler Truck, gibt es dann neue Anstiegschancen, dann haben wir noch Reserveunterstützung hier durch die Horizontale, haben wir den hier. 34,30 muss dann aber schon halten und hier sieht man schon am roten Pfeil das Feierabend, also unter 30,80 Euro, das ist auf jeden Fall dann jegliche Folgeanstiegschancen erst mal kaputt. Das darf nicht passieren, dürfte auch nicht passieren, sehe jetzt hier nicht so das Risiko, dass da komplett wegbricht. Hier ein bisschen drauf achten, dass da der Gegenlauf stoppen kann, also sagen wir mal bei 44 und vermutlich, würde ich mal sagen, ist das hier auch, ist das hier ein Ex-Dividenden-Gap, 16. Mai, kann auch ein Ex-Dividenden-Gap sein, 16. Mai, ich vermute mal, ja. Ansonsten ändert nichts. Daimler Truck bei 38 oder ab 38, wer es mag, kann wieder neu versuchen, reinzulaufen und reinzugehen und mal gucken, also bis hierhin sind es 15% und bis zum Allzeithoch 25%. Das Risiko ist aber auch nicht viel weniger, es sind 19%, also vom CAV macht das jetzt nicht so einen Sinn. Also wenn du selbst das Allzeithoch, also das Hoch hier schaffst, sind es 25% ab 38%, aber das Risiko ist dann auch 20% oder so 19%. 19% zu 25% ist ein minimaler Vorteil, also schön ist nicht. Würde man sich ja fast wünschen, dass es noch ein bisschen tiefer fällt, bis es dann so langsam Richtung 2,0 geht. Per 61er Retracement geht es aber nur vielleicht noch auf 37,25. Vielleicht einen kleinen Vorteil bekommt man dann noch. Aber selbst das dürfte noch nicht so sein. Ja, da muss man dann sich raus suchen, ob man das Risiko nimmt oder aber einen vernünftigen Stopp-Loss hat unter dem letzten markanten Tief oder ob man vielleicht Stopp-Loss näher zieht unter 34. Das geht dann auch. Stopp-Loss hier. Besser wäre aber hier. Hier starten. Hier sollte man dann starten. Bei 38. Ungefähr. Da kann man ein Ziel schon mal haben. Und das zweite Ziel ist dann hier oben. Naja, okay. So, dann die Gesamtkonstellation. Die Historie ist ja noch nicht so alt. Die sind ja per IPO rausgekommen erst am 10.12.2021. So, ich gucke mal auf die Uhrzeit. Wir haben noch 26 Minuten. Alles klar. Dann kann man nochmal, mache ich mal noch eine Aktienfrage hier. Link zur Nachbetrachtung des Webinars veröffentlicht. Das ist so eine Kunst, die ist mir nicht vergönnt, weil den Link kann man nicht ohne weiteres nehmen. Der ergibt sich dann erst noch, aber der YouTube-Kanal von Stocks.we muss ja bekannt sein, oder? Aber es erscheint ja auch auf der Stocks.we-Plattform nachher. Ich glaube, es ist einfacher für euch, für die meisten. Okay, es erscheint dann auf der Stocks.we-Plattform im Bereich, im freien Bereich Expertenkommentare. Da erscheinen auch hin und wieder andere Beiträge von mir. Und des Weiteren könnt ihr ja suchen nach Experte. Rokko Grefe. Das erscheint natürlich dann auch hier. Und dann könnt ihr ja separieren auf meine ganzen Beiträge, zum Beispiel Gold, Apple, DAX, 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 doch so auch kommen. Und sowas, Bitcoin, das ist alles for free Content, der sporadisch auch auf der Stocks.we-Plattform rausgegeben wird. Momentan ist ja auch der DAX seit über 20 Jahren noch so dabei hier. Sogar früh um 8.15 Uhr. So, ja und da erscheint es dann auch. Wir haben das ja hier auch gehabt, Ende April. Logischerweise muss dann noch Ende der Meeting. April hier erschienen sein. Vielleicht muss man ein bisschen aufpassen, dass man separiert auf Beitragstypen, auch Videos mit Anzeigen. Also gleich mal alle am besten hier. Nicht, dass ihr da was ausgeblendet habt, so wie ich gerade. Und dann erscheint der 930 Stream vom letzten Mal hier nicht. Das ist nämlich der vom letzten Mal. Da ging es um DAX, Coca-Cola, Ida Ligi, McDonalds, PayPal, Amazon, AMD und Trading-Taktik. So, wenn ihr nicht abwarten könnt, die heutige Aufzeichnung, seht euch die vom letzten Mal an, beziehungsweise die vom Ende März. Da hatten wir ja, wie gesagt, auch die Favoritenaktie des Jahres schon am 26., ach, die Favoritenaktie für April, des Monats April hier mit dabei. Ja, auf die Art findet ihr es am besten. Ansonsten der Stock3-Kanal von YouTube oder andersrum, YouTube Stock3-Kanal, das ist natürlich auch ganz leicht zu finden. Nehmt halt mal den hier. Und da erscheint es auch, also da sozusagen hinterlegt. Da gibt es auch täglich Content, aber nicht von mir. Und auch sehr interessant Content hier, könnt ihr euch mal durchackern. Videos, Playlists, wie auch immer. Irgendwie wird schon finden, was die Beiträge waren. Da gab es auch interessante lange Sessions mal hier auch mit mir und André Tietje im Herbst. Das war ein schöner Klassiker. Da gab es quasi einen schönen Ausblick aufs Gesamtjahr. Wo sind wir denn jetzt hier? Zehn Monate? Na ja, ihr werdet schon finden. Muss mal gucken. Und zwar Valentin Schelbert, André Tietje und mit mir zusammen. Einfach mal gucken. So, der Link ist auch hier für unserem aktuellen Stream-Webinar-Chat. So, ich wollte auch noch eine Aktie machen, bevor ich noch selbst was suche. Mal sehen, was ich noch finde, was interessant ist. Also das habe ich schon jetzt gemacht. Okay. Nochmal, was Technisches ist angefragt. Was Technisches? Mal gucken, wie wir das hier beackern können. Und zwar auf die Kursstellung soll ich eingehen. Welche Kurse verwenden die Emittenten für Index und Aktien in Deutschland und USA? Ja, die verwenden ihre eigenen Kurse, würde ich mal sagen. Die verwenden ihre eigenen Kurse. Zum Beispiel hat am Emittenten ihre eigene DAX-Indikation und darauf bauen sie dann ihre Zertifikate auf. Ich werde mal abkürzen. Wenn du etwas genau wissen willst, wie die Referenzbörsen stehen, dann musst du die Referenzbörsen ansehen. Xetra DAX, DAX Future, Eurex. Xetra DAX, Xetra DAX. DAX halt. Alle Indikationen sind keine Referenzbörsenabbildung, sondern Näherungen daran. Und die können teilweise abweichen. Wenn du aber etwas genau wissen willst, dann musst du die Referenzbörse nehmen und die auch noch in Realtime hinzunehmen. Da gibt es zum Beispiel hier bei Premium gibt es im Bereich alle Services, Add-on, Kurspakete, um mal hier komplett alles abzureißen, was noch geht. Hier, Kurspakete Realtime. Zum Beispiel Nasdaq-Aktien Realtime, den DAX Future brauchst du Realtime oder den DAX Index. Das ist hier. Oder den VDAX Realtime. Das sind so dann Zusatzpakete, Kurspakete, Add-ons. Da geht es nur darum, dass die Kurse live takten. Da geht es nicht um Content. Nicht verwechseln. So etwas ist nicht in einem Trading Service enthalten. Das sind Realtime-Kurse, von denen der Anbieter verlangt, dass wir Geld bezahlen und wir leiten natürlich den Betrag nur an dich weiter. Da haben wir gar nichts mit zu tun. Das ist einfach so geregelt. Man darf Referenzbörsen nicht in Realtime einfach kostenlos anzeigen. Deswegen gibt es da diese Add-ons. Du kannst es dir natürlich beschaffen. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, ehrlich gesagt. Aktuell ist mir aufgefallen, dass die Indikationen, weil ja der Hexensabbat, der zweite große Verfallstermin des DAX näher rückt, noch relativ nah wieder herangerückt sind an den Referenzbörsen DAX zum Beispiel. So, dann interessant noch. NVIDIA Aktiensplit haben wir ja bald, richtig. Wir haben einen NVIDIA Aktiensplit 10 zu 1 ab 7.06. Es hat keine Auswirkungen auf Knockout-Zertifikate. Keine Angst. Nicht es hat eigentlich niemals eine Auswirkung. Dividenden nicht und auch im Aktiensplitz nicht. Die werden dann einfach ein anderes Ratio haben und die Knockout-Schwelle auch verändern um diesen Faktor. Also im Grunde ist es hier einfach. Es drückt alles ein Komma nach links. Der Aktienkurs fällt von 1040 auf 100. Hier. Oder so. Und das Ganze dann ab Anfang Juni, also am siebten. Auswirkungen sind null. Ja, was wir hier machen, das könnt ihr bestimmen. Ihr müsst nur sagen, ihr müsst euch nur hier einfragen, einfordern. Fordert ein, was ihr sehen wollt, was ihr hören wollt. Ich werde es euch erzählen. So, dann zum Thema Discount Put. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen drüber weggegangen bin. Alles kostet Geld. Wenn ihr im Sommer hatchen wollt, das kostet alles Geld. Der Erfahrungswert sagt, es ist nicht so günstig, sowas zu machen. Das kostet alles Geld im Zweifel und bringt eventuell gar nichts. Jede Maßnahme, um sein Depot zu schützen, kostet Geld. Und das kostet Performance. Also lasst es einfach. Normalerweise würde ich sagen, lasst es sein. Das sind jetzt die neuesten Erkenntnisse. Lasst es sein, genauso wie das reine Shorten. Weil der Short geht immer nur 100 Prozent bis nach Null. Und der Long geht ins Unendliche. Der Long Weg auf der langen Achse. Der Hebel spielt dabei gar keine Rolle. Na klar, kannst du mit einem Put auch mehrere 100 Prozent machen. Das ist ja Quatsch. Der Basiswert kann 100 Prozent fallen. Den Hebel darfst du gar nicht berücksichtigen. Eine Aktie konsolidiert meistens so 20, 30 bis 70 Prozent. Danach steigt sie aber 300 bis 1000 Prozent. Die Frage, ob man shorten kann, hat sich damit geklärt. Zumal du immer gegen Inflation, Innovation, Produktivitätssteigerung arbeiten musst. Deswegen kaufen. Regelmäßig kaufen im Abstand von Monaten, Monatssparpläne, ETFs und das Ganze durch Einmaleffekte bei starken Einbrüchen mit Einmalkaufchancen und Cash-Kapital, was man irgendwo dafür hat, pushen, um die Durchschnittsperformance zu verbessern. Das ist so ein Grundsatz. Wenn das so schnell ging, der Frage einfach nochmal nach. Ansonsten seid ihr dafür selbstverantwortlich. Ich kann euch da gar nicht beraten. Das heißt, ich darf euch da gar nicht beraten. Ich sage nur, was ich selbst mache in diesem Fall. Es ist interessant, monatlich von frühen Jahren anzusparen mit Sparplänen und in gewissen Phasen fünf bis zehn Mal im Leben durch scharfe Einbrüche noch besonders deutlich nachzukaufen. Insbesondere wenn, Achtung jetzt im Falle Indizien dafür, 20 Prozent der SOP gefallen ist. Zweitens, der Fear and Greed, Gieren-Angst-Index, unter 10 steht. Der Dollar-VIX über 35 steht. Und AEI-Sentiment, worin geht der Markt in den nächsten sechs Monaten, den Bullen-zu-Bären-Anteil hat, wie 15 Prozent Bullen und 60 Prozent Bären oder so zumindest. 20 Prozent Bullen, 55 Prozent Bären. Wenn das alles so am extremen Rand ist und der Index S&P 500 insbesondere 20 Prozent oder günstigerweise noch mehr gefallen ist, dann sind das exzellente Zusatzkaufchancen zum Pushen, um die Durchschnittsperformance über 30 Jahre von jeweils 7,5 Prozent zu überbieten und vielleicht hochzuschrauben bis zu den Weltrekordhaltern auf 18 Prozent. Exklusive der Senatoren und Abgeordneten im Repräsentantenhaus der USA, die natürlich diese Performance durch Insiderwissen schlagen, was sie ganz eiskalt ausnutzen. Und mehr geht es eigentlich nicht, auch wenn man es mal runter bricht, auf die gesamte Achse von 30, 40 Jahren. So, warum der Cetra DAX 15 Minuten verspätet angezeigt wird, habe ich auch schon erklärt dadurch. Punktoptionsschein für die Sommerkorrektur. Die Frage ist, wo startet die? Du weißt ja gar nicht, wo die startet. Bisher weißt du, du weißt nicht, wo die starten kann und damit bist du schon ein Problem. Und vor allen Dingen im Herbst steht der da wesentlich höher, der DAX. Im Herbst nächstes Jahr geht der auf über 20.000. Und die Ziele sind ja hier oben nochmal angezeigt. Ja, mit anderen Worten, es ist wahrscheinlich besser, die Korrektur auf 17.000 zu ertragen, als mit Putz sein freilaufendes Depot zu blockieren. Sobald du die Putz eingesetzt hast für den Sommer, blockierst du ja deinen freien Lauf der Investments, die durchlaufen, weil es dann neutralisiert ist. Das kostet Geld, hat vielleicht sogar einen Nachteil, dass es gar nicht funktioniert. Und nur für den Fall, dass es wirklich funktioniert und du auch hier 17.100 oder 17.050 vor dem 31. Oktober erwischst, hast du vielleicht einen Vorteil gehabt. Aber was ist, wenn es gar nicht fällt? Das steigt ja dann sowieso hier oben rein. Somit ist eigentlich bisher Win-Win aus allen Ecken, wenn du einfach Longpositionen weiterlaufen lässt oder monatlich Stück für Stück aufstockst, bei Schwäche aufstockst. Was die Tendenz zu 19.008, 17.00 und 22.350 ist, eindeutig zu bevorzugen. Und sogar der DAX hat sich nun befreit aus seiner Lethargie der Jahre 2021, 22, 23.00 und hat frischen Aufwind durch den Anstieg über 16.92. So, wie sehe ich den DAX im Juni? Das ist noch eine gute Frage. Da gehen wir noch mal kurz rein. Erstmal könnt ihr es täglich hören. Früh. Ihr könnt es täglich hören. Früh am Morgen. Übrigens, der DAX macht wohl Allzeithoch vor US-Handelsstaat. Der DAX sieht aus wie, er macht noch Allzeithoch vor US-Handelsstaat heute, wenn du dich fragst, wie der ist noch nicht gestartet. Ja, es ist noch tiefe Nacht in den USA. Es ist New York seit 4.47 Uhr. Das ist, die Börse hat diese Woche noch gar nicht gehandelt in den USA. Aber, aber, mein DAO, der taktet doch. Mein DAO taktet doch. Ja, das ist eine Indikation. Das ist der Future im besten Fall verrechnet auf eine Indikation. Der Haupthandel mit hohen Umsätzen ist noch nicht unterwegs. Also 15.30 Uhr deutscher Zeit. So, ich hatte eine Lösung gefunden, wie der DAX ein Allzeithoch machen kann, um trotzdem dem S&P 500 mit seinem Korrekturprozess aus dem Weg zu gehen. Er macht hier das hoch und dann gehen gemeinsam beide nochmal auf Korrekturpfad. Und dann steigen sie ab 1. Juni weiter an. Irgendwann gespannt, ob es klappt. Ansonsten auch hier, selbst wenn es jetzt ein Allzeithoch gibt, ist 16.2. Sorry. Auch wenn es eine Korrektur gibt ab dem Allzeithoch zuerst und nicht schon ab jetzt hier irgendwo, wäre 18.635 auch nachher noch interessant. Wahrscheinlich müsste man sogar 18.650 nehmen, den halben Hunderter, weil da dreht der DAX sehr gerne mit seinen institutionellen Käufern. Die institutionellen Käufer drehen gerne an Hunderter, also Nullnuller Marken und Fünfziger Marken. Also gehen wir mal grob mit 18.9 zu 18.650 zu 1950. Apropos, wer 1950 geboren ist, darf sich auch mal melden jetzt im Chat. Denn alle 1973er Geborenen haben das Kursziel vor Augen, 19.001, 73. Wer hat Spaß am Rande? So, okay. Machen wir weiter. Was haben wir noch? Amazon hatte ich am Anfang gesagt, hatte ich das gesagt, dass ich Amazon mit Abstrichen auch noch als interessante Aktie betrachte in den nächsten Tagen, weil die sind ja auf einem Sonderweg. Amazon ist sehr hoch eingestuft worden im Januar als Top 1 Aktie für eine Jahrestop 10 bei mir, die monatlich sich auch, so wie ihr mal Ende März mitbekommen habt, erweitert wird. Immer wieder mal. Immer wieder eine neue Top 10, die für ein Jahr gilt. Die Amazon war immer die Nummer 1, dadurch, dass sie jetzt aber Rückstand hat im Verhältnis zum Ausbruch über die Hochs von 2021, habe ich sie jetzt abgestuft. Sie ist zwar noch drin in der Top 10 für Aktien, das ist für ein Jahr Laufzeit, aber nicht mehr die Nummer 1, nur noch die Nummer 5 oder so. Und hier bröckeln die Kurse so vor sich hin. Guck mal hier. Die bröckeln so ab. Und das bietet ja nach den zwei Fehlausbrüchen am Allzeithoch, 188,65 Dollar ungefähr, also sagen wir mal grob 189, bietet dann doch nochmal die Chance, billiger reinzukommen. Weil ich glaube schon, also ich bin fest der Meinung, die Auswertung sagt, er schafft es irgendwann, der Kurs deutlich über 189 hier auszubrechen, big, big, big. So wie es halt Alphabet vorgemacht hat am 1. April. Und dann ist ja hier das identische Ziel, was für die anderen auch schon genannt wurde, für die Indizes. Ihr wisst, S&P 5,880, NASDAQ 22.465. Ist dann einfach mal bei Amazon 317. Über 189 zu 317. Die zögerlichen, also auch ich bin ja auch zögerlich, war zwar schon ab und zu bei Amazon drin, aber irgendwie, das ist so. Bin ich gerade nicht drin. Habe ich doch nochmal das Glück, hoffentlich etwas billiger als 189 kaufen zu dürfen. Weil irgendwann kommt es zu einem Tag, da explodiert das Ding wahrscheinlich und dann ist es zu spät. Also wenn hier ein Ausbruch stattfindet, der dann was taugt, dann ist es wahrscheinlich ein Gap zur Oberseite. Gap bleibt offen und der Kurs steigt sofort weiter auf 210 aktuell zum Beispiel. Also, wie kann man das hier? So, grüne Kerze, weiße geht ja nicht. Okay, also, der Bröcke jetzt ab. Wir haben tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Das ist ein eindeutiger Flaggenabwärtstrend und sieht ein bisschen merkwürdig aus hier. Insgesamt ein bisschen merkwürdig. Okay, man muss sich hier ein bisschen arrangieren auf vier verschiedene Dinge, vier verschiedene Marken. Ich kaufe 176, 174, also so eins mehr oder weniger, 176, 174 oder und 166 und ganz doll und scharf nochmal 160. Ja, Punkt, mehr ist nicht zu sagen. Es ist das Glück noch für Nicht-Investierte, dass man nochmal unter 190 rankommt, obwohl er schon zweimal über 189, dem alten Allzeithoch im Big Picture, war. Jederzeit kann es explodieren hier und die Sache, die dann mal hinterherlaufen. Das bis dato aber rückständigen Unternehmens Amazon, welcher es nicht geschafft hat, dieses Hoch rauszunehmen. Irgendwas drückt hier drauf. Es drückt eine Last auf Amazon, dass Investoren nicht bereit sind, den Kurs bisher über 190 wirklich dauerhaft ausbrechen zu lassen. So, dann noch der Stop-Loss. Ihr müsst aufpassen, dass ihr euch nicht drücken lässt unter 100 Last unter 143 und schon gar nicht unter 118. Na, 143 und 118 wären ganz mies zu unterschreiten, dann geht sehr viel kaputt. Alles klar, es ist weiter ganz doll auf dem Schirm. Jeden Tag bin ich hier dran und Amazon zum Beispiel gestern erst auch nochmal Intraday hier begutachtet. Na ja, ja klar, das ist ein Abwärtstrend, Flagge, der sieht nüssen merkwürdig aus. Bei einigen, das läuft nicht wie der Markt, das ist ganz anders hier. Wir haben ja gemerkt, dass viele Konsumaktien fallen, irgendwo wo konsumiert wird. McDonalds, Starbucks und so. Ich weiß aber nicht, ob da Amazon dazugehört oder ob das so Sinn macht, auf diese Art zu argumentieren oder ob er der Pfad dahin schlägt. Oh, Microsoft wird Amazon als Rechenzentren primos ablösen. Haben sie eh schon. Microsoft hat mehr Rechenzentren als Amazon. Vor allen Dingen aber wird der Cloud Nummer 1 Anbieter Amazon bald die Nummer 2 nur noch sein, ist die These. Denn Microsoft mit Azure überholt, Amazon mit AWS ist die These. Vielleicht liegt es auch daran, weil man hat ja immer sehr fokussiert, wird die Cloud weiter und schnell wachsen. Es zeichnet sich ab, dass Microsoft schneller wächst und Amazons AWS bald ablöst als Spitzenreiter. Auch das spielt eine Rolle, weil die Profite wurden ja zumeist zuletzt über die AWS gemacht, bei Amazon über die Cloud. Aber Amazon hat natürlich auch stark investiert in den Jahren 2021, 2022 und die Früchte sieht man eindeutig. Deswegen, das soll schon klar ausbrechen über 189, früher oder später. Wir haben noch 5 Minuten. Was will ich noch zeigen? Oftmals wollt ihr Gold sehen. Jetzt gehe ich mal wieder in meine Abteilung hier rein. Ihr wollt Gold sehen. Gold hatte ein großes Kursziel erreicht nach Kaufansage 5. Januar 2021. Kauf doch mal 1680. Das kam dann am 21.07. Haben wir hier ein Kursziel jetzt erreicht. Also wir sind im Big Picture Kurszielbereich. Ich weiß nicht, was ihr damit machen wollt. Also Papier, ich hatte gesagt Papier, Gold sollte man reduzieren hier. Papier, Gold reduzieren bei 2,425, 2,450. Wir gehen dann, wir rechnen irgendwie. Gemeint sind dann Derivate, Zertifikate. Ob ihr Barren verkauft oder ob ihr Gold zu Papiergeld macht, wiederum echtes, hartes Gold, Barren zu Papiergeld macht, was ja keinen Wert hat, sondern nur das Vertrauen der Menschheit, des Volkes als Wert hat. Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ihr ein Ziel erreicht. Bei Derivaten kann man mal auflösen. Ob man ja, ob die Barren, was willst du mit den Barren machen? Also die Barren oder Münzen, weiß nicht, willst du das verkaufen oder was? Ich weiß nicht, also jedenfalls, das hier ist ungefähr eine sehr große Zielzone und es gibt jetzt auch schon mehrfach Tendenzen, etwas gegenzusteuern. Einmal direkt am 12.04., dann nochmal am 19.04. und auch am 20. Mai. Und ja, das könnte ein bisschen so durchziehen jetzt hier in Richtung, so nochmal gegenlaufen oder sogar der hier. Wir hatten uns dann hier festgelegt auf Rückkaufchance Gold bei 2.150. Rückkaufchance Gold 2.150, abermals für 2.450 mit Stopp-Loss 1.977. Das ist nämlich der nachgezogene Stopp-Loss der Gesamtposition, die ursprünglich Stopp-Loss 1.444 hatte hier am Juli 2022. Dann Stopp-Loss 1.800 und ein bisschen weniger und dann Stopp-Loss 1.977, also unter 1.984. Dann ist das Interessante, immer wichtig zu wissen auch, vor allen Dingen, wenn man sehr hoch in den USA investiert ist, wie läuft Euro-Dollar hier weiter durch? Dann hat man Währungsgewinnchancen oder Währungsverlustrisiken auf seinen Investments. Du bist der einfach bestrickte ETF-Käufer und wunderst dich zum Teil, dass dieses ETF nicht gut mitläuft mit dem S&P 500. Dann kann es an Euro-Dollar liegen. Wenn Euro-Dollar in die falsche Richtung läuft, also aufwärts, dann verlierst du einfach mal Prozente. So, ich sag dir mal, wie viel Prozent du verloren hast an der Performance seit 19. April. 2,8 Prozent hast, konntest du nicht teilhaben an der Performance des S&P 500 seit dem April, um 19. April. Da war ja ein großes S&P 500 aktiv und 3 Prozent fehlen dir davon ungefähr. 3 Prozent fehlen dir am ETF, weil das ist durch Währungsverluste verlustig gegangen. Ja, und das kann man noch steigern. Das könnte nämlich sein, dass Euro-Dollar läuft auf 1,114 und dann würdest du 5,1 Prozent Performance liegen lassen. Im Verhältnis zum S&P 500 Anstieg seit 19. April. Also braucht es dich nicht wundern, kann schon mal vorkommen. So, jetzt haben wir hier, tendenziell läuft es nämlich eher nach oben aktuell. Es gab hier schon ein paar Indizien, dass wir tatsächlich zu 1,114 noch vorstoßen können, nachdem jetzt auch der EMA 200 bestätigt wurde, die rote, vor ein paar Tagen hier, am 23. Mai, ist die Möglichkeit vorhanden, vor allen Dingen nach Anstieg über 1,88888, dass es zu 1,114 läuft. Übrigens würde aber auch nichts ändern, dass es relativ gesehen ruhig bleibt. Und alle die Risiken, die ich gerade nannte, sind eigentlich vernachlässigbar, denn zum Glück ist Ruhe bei Euro-Dollar seit Januar 2023. Das ist immer ein Pendeln um 1,08. Seid froh, dass das Währungspaar ruhig ist. Wenn es erstmal kollabieren sollte, in eine der beiden Richtungen, dann ist das wirklich ungesund. Also wir wünschen uns eigentlich, dass Euro-Dollar ruhig bleibt, damit wir einfach ganz normal US-Investments machen können, Euro-US-Trades, auch Nasdaq 100-Calls. Nasdaq 100 spare ich mir mal aus hier, das ist ein Exklusivinhalt für Service ADT, ADA, dem ich vorstehe sozusagen als alleiniger Experte. Wirkt auch durch auf Derivate, es wirkt auf Aktien, auf Fonds, ETF, es wirkt auf alles durch, in beide Richtungen, auch Putz haben, denn die letzten Endes an der Geldwechselstelle, wenn du zurückwechselst von Dollar an Euro, entweder noch einen Vorteil als Extra-Booster oder einen Nachteil. Momentan sieht es ein bisschen aus, als ob wir ein bisschen Nachteile hätten. Bis in den Juli hinein. Lustigerweise, oder auch schade für uns, ehrlich gesagt, ist nicht lustig, ist schade. Wenn Euro-Dollar steigt, steigen die Indizes und wir haben Währungsverluste. Wir können leider nicht so richtig davon profitieren als Europäer. Und andersrum ist genauso. Wenn Euro-Dollar fällt, so wie vom 8. März zum 19.04., dann verlieren wir in den ETFs oder zum Beispiel Knockout-Calls an Wert, wenn wir jetzt einfach da über die Strecke halten würden. Aber wir haben dann Gewinne in den Währungen. Schöner wäre es so, Euro-Dollar steigt auf 1.114 und der S&P 500 fällt auf 4.850. Das wäre der Glückstreffer. Wenn man dann kauft, fängt dann der S&P an zu steigen und Euro-Dollar fällt auf 1.04 oder 1.03. Aber leider ist es aus europäischer Sicht genau immer verkehrt rum, dass der Idealzustand, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, dass es zu dem Zeitpunkt ausgerechnet dann auch Währungsgewinne gibt, wenn der Index zum Beispiel seinen Herbsttief hatte. Hier Herbsttief. Da war ausgerechnet auch das Euro-Dollar-Tief. Und die gesamte Herbstrallye bis 27.12. wurde dann auch mit Währungsverlusten dann hier umhergegangen von 6,6%. Also an der Herbstrallye hast du 6,6% Währungsverluste als Europäer zu beklagen gehabt im Verhältnis zum S&P. Ja, wenn der dann auch bloß 7% gestiegen wäre bis März, sorry, bis Dezember, seit dem Oktober-Tief der S&P, dann hätte man gar nichts gewonnen als Europäer, während der US-Dollar für seinen Heimatindex komplett die 7% im Kasten gehabt hätte. So, das sind also die Tücken, wenn man sich aufhält im Währungsbereich, der nicht Euro ist. Wenn du den DAX kaufst in Eurostock 50, kann das alles gar nicht passieren. Somit kommen wir zum Schluss. Der DAX zieht zum Allzeithoch. Wer hätte es gedacht, der DAX zieht aus dem langen Lunden-Reversal von Freitag zum Allzeithoch und muss auch da nicht Feierabend machen. Er kann doch noch 19.173 abarbeiten. Es wird nur spannend zu sehen, wie nachher der US-Handel reagiert. Ich mache mal hier ein bisschen was weg. Das ist eindeutig aufwärts. Im Kanal haben wir noch ein bisschen Luft. Und zwar auch für 19.000. Morgen 19.000 zum Beispiel. Ging auch schon. Aber das nächste Hoch und die nächsten paar Hochs hier können auch dann irgendwie mal eine Sommerschwäche einleiten. Das ist so saisonal so langsam ein bisschen tückisch. Und vor allen Dingen, denk dran, wir hatten hier den, ich sehe das Datum da unten nicht, wir hatten ja hier den 15. Mai, wenn wir den so sehen, wie den 19. Mai vom letzten Jahr. Und dann ist jeder Ausbruch, der jetzt hier kommt, kann so laufen. Und ich glaube, es ist nicht so gut, Ausbrüchen auf neue Hochs jetzt noch zu folgen in dieser Jahreszeit. Aus der saisonalen Schablone raus, wie letztes Jahr. Von daher ist gar nicht so verkehrt, irgendwo hier zwischen 18.09 und 19.173 sich ein bisschen zu reduzieren vielleicht. Gut, aber Allzeithoch soll sein. Wir wollen Allzeithoch sehen und zwar sofort. Wir wollen jetzt das Allzeithoch sehen, 18.893 im DAX. Und das möglichst noch vor dem US-Handelsstart. Wir machen jetzt gleich Schluss. Wir sind auch schon fünf Minuten drüber. Das war unsere Veranstaltung jetzt hier. Dass wir diese Veranstaltung jeden Monat einmal haben, das wisst ihr hoffentlich. Und leider komme ich auch, warte mal. Das heißt auch, dass wir sie im nächsten Monat haben werden. Im nächsten Monat. Wieder am letzten Dienstag im Juni. Und wenn ihr euch einmal dafür angemeldet habt, dann bekommt ihr natürlich auch die entsprechenden Hinweise natürlich per Mail zugeschickt. Vor allen Dingen diese Mail-Sache. Meine Leute, stellt euch bitte lieber Notifikationen ein auf unserer Plattformseite, um die Informationen auch gesichert zu bekommen. Diese Veranstaltung fand statt mit freundlicher Unterstützung der BNP Paribas. Und mein Name ist Rocco Gräfe. Ich hatte euch jetzt in den letzten 95 Minuten durch den Stream geführt. Aufzeichnung, wie gesagt, später. Und denke ein bisschen an die Aktienhinweise, taktische Hinweise. Vielleicht mal Pivot, R3, S3 Short jeden Tag probieren als Limit. Egal für was, DAX, Nasdaq zum Beispiel. Denkt daran, dass das ein außergewöhnlicher Bullenmarkt ist mit einer so krassen Bullenfestigkeit, wie wir es selten sahen. Und achtet jetzt auch bei den nächsten DAX-Hochs auf beginnende bärische Divergenzen, die auftreten, wenn der DAX neue Hochs erzielt und der VDAX aber nicht weiter bereit ist zu fallen. Das ist irgendwie alles ein bisschen bereitet auch für ein Zwischenhoch, was dann auch eine Weile Bestand haben kann. Aber sicher ist das nicht. Und zum Shorten soll man auf keinen Fall sich hier hinreißen lassen. Bei dieser krassen Bullenfestigkeit, die sich in den VOLA-Indizes zeigt, man befürchtet hier bisher nichts. Man befürchtet nichts, was einer großen Bewegung entspricht. Und die würde ja abwärts gehen. Wenn man befürchtet, dass in den nächsten 30 Tagen eine große Bewegung bevorsteht, dann würde der VDAX deutlich steigen und dann geht es auch abwärts. Solange der aber hier rumdümpelt unter 12,68 und nahe 12,0, seid ihr verrückt, sage ich dann immer, dem verrückten Level, dann ist der DAX nicht klein zu kriegen. Dann steigt er einfach immer weiter. Ihr seht dann schon ganz klar, wenn es hier sprunghaft ansteigt, der VDAX ist wirklich ein gutes Maß dafür. Und ich werde es euch dann auch sagen, wie am 28. März, 2.4., dann merkt ihr, dass im Gesamtgefüge sich auch was verändert. Dann ist nämlich der VDAX hier 23% gestiegen und dann ist er auch mal über 60% gestiegen vom absoluten Tief. Das merkt ihr dann schon. Vor allen Dingen hier an den ersten Tagen merkt man es dann. Guck mal, da war der zweite, vierte und dann wusste man, oh, das ist eine andere Marktphase. Und dieser Schritt, der fehlt jetzt aber noch. Und deshalb ist der DAX-Anstieg absolut stabil noch und setzt sich im Zweifel immer weiter fort. Immer weiter, immer weiter. Es ist noch längst nicht sicher, dass wir hier zeitnah ein ganz markantes Hoch sehen. So, allerletztes, wir hatten Ausbruch über 18,567. Ein paar Tage Anstieg, ein paar Tage Pullback. Die 18,567 wurde bestätigt. Und da die 18,567 bestätigt wurde, am Freitag geht es weiter aufwärts. Bis eben das Freitagstief unterschritten wurde. Dann geht es nicht mehr aufwärts. Und nur dann. Damit beschließe ich die Sache und lasse auch den Chart hier offen und sage noch Tschüss, eine schöne, erfolgreiche Woche, die jetzt auch richtig mit dem US-Markt einsetzen wird. Meine Güte, bin ich dunkel. Liegt aber an mir und dem Stock-Free-Ding. Ich habe gemerkt, die Stock-Free, die Stock-Free, weiße Kleidung hier, die macht irgendwie alles dunkel. Kannst du machen, was du willst mit Scheidenwerfern. Vielleicht sieht es aber auch nur so aus. Gut, also, tschüss und schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ansonsten geht es jetzt weiter hier im Service ADT, ADA. Dann legen wir jetzt los. Und ich habe noch ein paar Aktien, die ich heute begutachten muss zum Kauf. Ansonsten die nächsten Tiefs. Die Tiefs unter den Donnerstagstiefs sind für mich Käufe in den USA. Tschüss. Vielen Dank.